Was ist schöner, die Vorfreude oder die Freude danach, wenn was richtig gut war? Was würdest du sagen? Ich glaube, so wie es jetzt gerade ist, die Freude, wenn was gut ist, wenn einem was richtig gefallen hat, worauf man sich schon gefreut hat. Ich glaube, das ist einfach so eine schöne Erleichterung. Ja, ich hatte denselben Gedanken auf der anderen Seite. Ich freue mich auch schon wieder auf Sonntag, wenn wir Dune das zweite Mal sehen. Aber es wird heute um Dune gehen, beziehungsweise Dune 2 insbesondere, unser erster Eindruck. Ich bin nicht alleine hier im Studio, den Moritz, mich kennt ihr wahrscheinlich schon von der Stimme, ich war ja öfter mal dabei. Ich habe auch noch den Matthias dabei, der ist zum ersten Mal, glaube ich, im Podcast. Ja, genau. Und Matthias mag Sand. Ja, ich lasse mich nicht davon abschrecken, dass es rough and coarse and irritating ist und überall hinkommt. Aber gerade heute mögen wir noch mehr Sand als sonst. Ich glaube, nach Dune 2 können wir uns auf jeden Fall als Sand-Enthusiasten bezeichnen. Sand-Ultras. Genau. Wir haben gestern Dune, also heute ist Donnerstag, wir haben gestern in der Premiere Dune auf Englisch gesehen, also Dune 2. Und ja, ich freue mich mit dir heute darüber zu reden, weil der Film für uns beide, glaube ich, ganz wichtig und besonders ist, aber aus unterschiedlichen Gründen. Also ich bin ein riesen Cypher-Fan und insbesondere ein riesen Denis Villeneuve-Fan, das ist mein Lieblingsregisseur und ich freue mich auf jeden Film, der von dem rauskommt. Und du kennst die Bücher auch noch dazu. Also ich habe die ersten drei Bücher gelesen, besonders das erste. Ich habe es mir angefangen, als ich gehört habe, dass es verfilmt werden soll und dachte mir so, ja, jetzt ist dann ja scheinbar die lange Odyssee der Dune-Verfilmungen bald zu Ende. Turns out war es nicht. Dann kam Corona, dann kamen zig Verschiebungen des ersten Teils, eine Verschiebung des zweiten Teils und jetzt sitzen wir hier und sind glücklich, dass es vorbei ist mit dem Warten. Oder auch noch nicht vorbei ist, vielleicht geht es ja dann in Dune-Verse noch weiter. Aber vielleicht erst mal zu Adaptionen von beliebten Büchern, beziehungsweise einem selbst wichtigen Büchern. Also da kannst du jetzt wahrscheinlich mehr zu sagen. Ich habe ganz kurz davor, ich habe die Bücher nicht gelesen, also ich bin absoluter Film-Fan, aber die Bücher zu Dune kenne ich nicht. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall mal den ersten Teil noch nachholen. Ich finde, das ist immer dann mit ganz viel Angst irgendwie verbunden, weil man das Gefühl hat, wenn die das jetzt verkacken, dann kommt das halt nicht wieder so bald. Das dauert dann im Zweifel 30 Jahre, bis das nochmal jemand anfasst, diesen Stoff. Das habe ich so mit Aragorn dieses Problem. Ich wollte gerade sagen, du als Aragorn-Fan leidest da natürlich immer noch. Genau. Und deswegen ist es auch so, man freut sich zwar immer auf eine Adaption von einem Buch, das man liebt oder von einer Sache, die man liebt, aber es ist auch mit ein bisschen Angst verbunden. Und ich bin auch ein großer Halo-Fan und das wird ja auch immer und immer und immer wieder verhunzt. Deswegen, wie hast du dich gefühlt vor Dune? Also insgesamt vielleicht auch vor dem ersten Teil jetzt von Denis Villeneuve? Also vor allem vor dem ersten Teil hatte ich, ich hatte so lange große Angst, bis ich Blade Runner 2049 gesehen habe. Und dann dachte ich mir, ja, komm, also was soll denn schieflaufen? Es kann doch nur gut werden. Ich muss sagen, ich habe davor eigentlich, also ich wusste, dass es Dune gibt und ich hatte so eine grobe Ahnung, um was es geht. Aber ich hatte dann sonst keinen Berührungspunkt damit und deswegen war dieser Stoff für mich nicht so heilig. Aber mir war klar, Denis Villeneuve macht ein Sci-Fi-Ding und ich habe gehört, das ist so ein bisschen wie Game of Thrones und Herr der Ringe in Space. Und dann dachte ich mir, okay, das will ich sehen. Also gar keine Frage. Und dann kamen die ersten Cast-Informationen, wer da alles dabei ist und dachte ich mir, okay, was soll da schiefgehen? Der Tag wurde die Liste mit Rang und Namen länger. Ja, ja, ja. Absolut. Also vielleicht, wir können ja vorwegnehmen, wir werden noch einen Denis Villeneuve-Talk machen von Your Watchlist. Da sind auch nochmal andere Leute dabei wahrscheinlich. Deswegen wollen wir heute nicht zu viel über Denis Villeneuve reden. Das wird jetzt am Anfang vielleicht ein paar Minuten darum gehen. Dann um Dune 1. Da können wir gleich vorwegnehmen, wir werden Dune 1 spoilern. Das heißt, wenn ihr Dune 1, also von Denis Villeneuve noch nicht gesehen habt, dann weiß ich nicht, was ihr in diesem Podcast hier zu suchen habt. Aber dann holt es unbedingt nach. Ganz wichtig, ja. Du holt es sogar im Kino nach, weil zurzeit laufen auch Doppelfeature noch mit Dune 1 im Vorgang praktisch und dann kann man das auf der großen Leinwand genießen. Genau. Was hast du denn von Denis Villeneuve gesehen, beziehungsweise was ist so dein Berührungspunkt? War Blade Runner 2049 dein erster Film tatsächlich von ihm oder wie schaut's aus? Oh, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich das gesehen hab, aber die ersten zwei waren auf jeden Fall so seine Science-Fiction-Werke, Arrival und Blade Runner 2049. Und danach, ich hab nicht so viel von ihm gesehen, Prisoners auf jeden Fall noch, Sicario noch und ich glaub, das war's sogar. Ich hab jetzt seine Filmografie nicht ganz im Kopf. Enemy hat er noch gemacht? Den hab ich nicht gesehen, nee. Okay. Aber ich glaub, das war's tatsächlich. So die großen, würde ich sagen, die hab ich gesehen, aber die kleineren, unbekannten, oder unbekannteren, ja, sowas wie, wie ist der Enzendies zum Beispiel, hab ich nicht gesehen. Aber so diese großen, nachdem er den Durchbruch hatte, würde ich sagen. Ja, also ich hab tatsächlich alles gesehen, was er so hat und ich liebe alles, was er gemacht hat. Es gibt ein paar, also es gibt keine Gurke, das muss man sagen. Maelstrom ist ein bisschen mittelmäßig, aber der ist auch gut schaubar. Aber, ähm, aber gerade eben diese großen Filme und das ist, was jetzt hat eben, für das die Neville Neuf jetzt ganz bekannt ist, ist eben diese großen Bilder zu erzählen. Und ich find, ja, vielleicht, wenn man nur diesen Aspekt betrachtet, ist vielleicht Dune 2 sein Magnus Opus so ein bisschen. Also, von den Bildern her, he doesn't miss. Ja, ähm, das kann man schon vorwegnehmen. Gut, ähm, Dune 1, den hast du ja wahrscheinlich im Kino gesehen damals, oder? Fünfmal. Okay, ja, äh, das wundert mich nicht. Äh, ich kenn ja Matthias jetzt auch schon ein bisschen und sein Handy-Hintergrund und sämtliche Sachen bei ihm sind irgendwie immer Dune-themed, deswegen, ähm. Ja, außer bei WhatsApp hab ich jetzt, ähm, Herr der Ringe-Hintergrund. Ah, okay, okay. Also, das wurde geswitcht. Ja, ähm, aber, äh, deswegen wundert's mich nicht, dass du ihn so oft gesehen hast. Ich glaub, ich hab ihn auch dreimal damals im Kino gesehen. Ja, ähm, und ich, äh, ich bereu kein einziges Mal davon. Nee, wirklich, ich hab mich jedes Mal wieder gefreut. Ja. Äh, ich find, also, gerade bei Dune ist es noch mal extremer als vielleicht bei seinen vorherigen Filmen, aber was die Nivea eben immer konnte, ist, diese großen Bilder zu erzählen, auch weil du Anson Disfone angesprochen hast, dort ist es auch schon. Also, da sieht man auch, ja, nicht in derselben Art, aber ich würde sagen, auch, da ist einfach ein krasses Szenenbild und, ja, Dune 1, Arrival und so, das sind einfach Bilder, die einen so richtig erschlagen im Kino. Und deswegen lohnt es sich, diesen Film in jedem Fall im Kino anzuschauen. Also, jetzt hat auch den zweiten Teil natürlich, aber, äh, wie gesagt, wenn ihr noch mal die Möglichkeit habt, schaut noch mal den ersten Teil im Kino, weil... Am besten im IMAX, so groß wie's geht. Ja, genau, also... Das wird auch noch ein Ziel, sag ich mal. Also, ich muss eigentlich fast, ich hab so Lust. Ja, wir hatten das damals, ich war sogar in Berlin, als der Erste noch im Kino lief und wir wollten ins IMAX gehen und dann ist irgendwas mit der Bahn gewesen und wir haben's nicht mehr geschafft. Die Bahn, jedes Mal. Ja. Ähm, unser Freund und Begleiter. Naja. Ähm, gut, vielleicht kommen wir in dem Sinne schon, ja, vielleicht zum Dune 2, beziehungsweise ganz kurz, Dune wurde ja, das Buch wurde ja in zwei Teile gecuttet. Ich weiß nicht, da kannst du ja gleich was zu sagen. Dune 1 endet ja so ein bisschen, ja, ich würd fast sagen antiklimaktisch, also es ist jetzt nicht so dieses bombastische Ende, das man dort hat. Ist das im Buch auch etwa die Hälfte, also es wirkt sich, es wirkt ja wirklich so und jetzt hat auch ein Retrospektiv, wo wir den zweiten gesehen haben, es wirkt ja wirklich so, als würde es praktisch nahtlos weitergehen. Also es hätte man einfach so einen Schnitt gesetzt und da könnte jetzt eigentlich die nächste Szene kommen, aber da kam halt dann Ende, Credits und jetzt fängt halt Dune 2 genau an der Stelle wieder an. Ähm, ist das im Buch auch so? Ist das etwa die Hälfte? Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Beim ersten Mal schauen, hätte ich mir gedacht, ich hätte den Cut-off-Point woanders gesetzt tatsächlich sogar, weil es innerhalb des Buchs auch einen Zeitsprung gibt. Ich weiß nicht mehr genau, wie lang dieser Zeitsprung ist, aber mindestens einige Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre, ich weiß es nicht genau. Da sind sie aber dann schon bei den Framern angekommen. Das heißt, dieser Cut-off-Point wäre praktisch schon in Dune 2 dann? Du hättest den später gesetzt? Ja, also dieser, im Film ist das ein bisschen anders gemacht. Dieser Kampf, der ja den zweiten, äh den ersten Teil ja beendet, gegen Jameis, den Framern, der findet erst statt, an dem Moment, wo sie bei den Framern ankommen, in diesem Siege, also in dieser Untergrundbasis der Framern. Dort kommt es zu diesem Kampf und das wird auch ein großer Moment, weil das ja das erste Mal ist, dass Paul Atreides einen Menschen tötet, was auch im Film eine große Bedeutung hat, da kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Ja. Ähm, und das passiert aber ein bisschen später. Ich finde es aber nicht schlimm, dass es jetzt angepasst wurde, muss ich sagen. Also so, im ersten Moment dachte ich mir, ach Mann, das ist anders, das mögen wir nicht. Ja. Aber ich muss sagen, es passt eigentlich voll als so Cut-Off-Point, vor allem, wenn wir jetzt eben den zweiten Teil vor Augen haben und wie der zweite Teil dann weitergeht. Genau, äh, vielleicht nur, falls Leute jetzt voll Angst haben, dass wir hier gleich voll rein spoilern, ähm, das, was wir gerade beschrieben haben, das passiert wirklich in den ersten Minuten des Films. Also das sind die ersten Bilder, die man sieht und das ist ja mehr oder weniger auch klar durch den ersten Teil, dass es jetzt eben zu den Framern geht. Ähm, aber, genau, wir werden nicht spoilern, wir werden aber einen separaten Spoiler-Teil wahrscheinlich hinten anhängen. Das ist dann aber auch mit Timestamps markiert, dass ihr da, äh, nicht Gefahr lauft, dass wir euch irgendwas, wir euch irgendwas wegspoilern. Gut, ähm, wir haben gestern, äh, den Film gesehen, auf den wir, würde ich sagen, sehr lange gewartet haben. Zu lange. Hat sich das Warten gelohnt für dich? Ja. Voll? Absolut. Ich hatte jetzt nochmal Zeit, das bisschen sacken zu lassen. Ich war gestern einfach nur überwältigt. Ja. Und es ist nicht weniger geworden. Ich habe vorher noch mit einem Kumpel geschrieben und ich habe ihm auch gesagt, ich habe so Lust auf dieses Double-Feature. Ich habe heute überlegt, ob ich nochmal reingehen soll, weil ich einfach so Bock habe, diese Bilder nochmal zu sehen und den Sound nochmal zu genießen. Und das ist einfach so überwältigend. Ich will es so schnell wie möglich nochmal. Ja, ich auch. Also ich über, also ich bin mir fast sicher, dass ich mir den auch nach dem Double-Feature am Sonntag, also heute ist Donnerstag, ich glaube, ich hatte es schon gesagt, äh, dass ich mir den wahrscheinlich nochmal anschauen werde. Das Double-Feature ist leider auf Deutsch, muss man sagen, ähm, das ist ein bisschen, ähm, aber auch mal interessant zu sehen, ob es was ändert, muss ich sagen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich den ersten Mal auf Deutsch gesehen habe. Ich auf jeden Fall. Also ich glaube so zweimal davon waren auf Deutsch, sonst waren, äh, Kino immer auf Englisch. Okay, ähm, wie ist da die Synchro? Also hat dir das getaugt oder? Ich, ich, ich finde, ich finde Paul Atreides klingt immer so ein bisschen nach. Ja, das sind so ein paar Sachen, diese Übersetzungen teilweise, die sind schon ein bisschen komisch, aber ich finde, da kommt man drüber hinweg. Mhm. Also ich glaube auch zum Beispiel, Charakternamen haben sie kaum übersetzt oder angeglichen, zum Beispiel so Gerni Halleck oder sowas, das ist alles relativ gleich geblieben und ich finde, dann ist es eigentlich auch okay. Mhm. Und ich habe eigentlich generell wenig Probleme mit deutscher Synchro immer. Äh, vielleicht jetzt erst mal, wir können ja mal so eine kurze Daumenmeinung abgeben, ich finde das immer ein bisschen ungeil, wenn man sofort so sagt, so, äh, ja, so und so viele Punkte von so und so vielen Punkten. Ich habe dem ganz bewusst jetzt auch noch keine Letterboxd-Wertung gegeben, weil, ähm, ich, ja, meine ganzen Freunde und so folgen mir ja da und ich will, dass die den Film schauen, ohne dass die irgendwie beeinflusst werden durch mich. Es ist sowieso schwierig, sich dem zu entziehen, aber, ähm, die Leute sollen den erst mal schauen. Und man wird eh schon von allen Seiten bombardiert mit irgendwelchen Wertungen, vor allem YouTube ist da ganz schlimm, die dir sofort immer alles mit Thumbnail und mit allem drum und dran reindrücken, sodass du gar keine Wahl mehr hast, als mit Beeinflussung in den Film reinzugehen. Absolut, also ich, das sollte übrigens jetzt auch nicht so klingen, dass, äh, ich, äh, so ein wichtiger Mensch im Filmbusiness wäre, dass jetzt irgendwie viele Leute einen Fick drauf geben, wie viel ich auf Letterboxd gebe, aber natürlich Freunde sehen es halt und gerade solchen Leuten will man natürlich irgendwie, die will man gar nicht beeinflussen. Und, äh, ich freu mich auch dann mit so jemandem wie David oder so drüber zu reden, weil mit dem Kabel lief ich mich mal öfter so ein bisschen umfinde. Ja, ich hab ein bisschen Angst davor, weil ich glaub, da kann es zu erhitzten Gemütern kommen, auf jeden Fall. Das könnte passieren, aber, äh, deswegen, äh, bleib ich da so ein bisschen vage. Ich kann nur sagen, so viel sagen, ich hab mich sehr auf den Film gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Ich, äh, ich gehe mit einem positiven Gefühl raus und ich würde sagen, mein Gefühl während dem Film war gut, nach dem Film war besser und ein Tag später ist es noch besser. Ja, ich finde, es ist... Und ich freu mich jetzt schon wieder, diesen drei Stunden Film nochmal zu sehen. Wie ein guter Wein, je mehr Zeit verstrichen ist, desto besser wird das Gefühl einfach. Gut, äh, wollen wir mal so vage zur Handlung kommen? Also, wir, natürlich, wir verraten nichts, keine wichtigen Plotpunkte und was passiert, aber was man vielleicht sagen kann, ähm, es geht weiter mit Paul Atreides, äh, der seine Reise bei den Fremen fortsetzt, ähm, und, ja, in deren Kultur eintaucht. Die Harkonnen haben ja, äh, einen Putsch gegen House Atreides im ersten Teil vollzogen und mehr oder weniger die meisten umgebracht. Und, äh, er und seine Mutter, also Paul Atreides und seine Mutter sind jetzt bei den Fremen und versuchen, ja, Paul versucht irgendwie Rache zu nehmen und hat ja die Möglichkeit im ersten ausgeschlagen, ähm, ja, zu fliehen, sondern er will bei den Fremen sein und er will, äh, sich an den Harkonnen für das Rechen, was seinem Vater angetan wurde. Genau, genau, die Fremen als Ausflucht im Endeffekt, aber auch irgendwo ein bisschen Mittel zum Zweck. Ja. Das, glaube ich, ist so ganz, ganz gut zusammengefasst, das, wo, wo uns der Film, der zweite Teil wieder aufnimmt. Mhm. Und von daraus, äh, daraus entwickelt sich dann eben quasi eine sehr komplexe Story, die wir später nochmal vielleicht ein bisschen genauer besprechen werden. Ja. Viel mehr weiß ich gar nicht, ob ich sagen würde, weil ich glaube, es nimmt schon viel. Ja, es nimmt, es nimmt viel vorweg, es wurde ja im ersten Teil schon einiges angeteasert, äh, in welche Richtung es gehen könnte, was man vielleicht sagen kann und das ist, glaube ich, jetzt auch nicht zu viel gesagt, es geht um, ja, religiösen Fundamentalismus, es geht um Extremismus, es geht um Symbolfiguren und, äh, ja, wie Leute in diese Rollen geraten und, ja, politische Einflüsse, die von verschiedenen Akteuren da irgendwie, äh, auf Arrakis praktisch ausgespielt werden, weil es eben so ein wichtiger Planet ist für das Dune-Universität. Und, äh, Paul Atreides, der, ja, ein bisschen, ich will, es soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so das Fähnchen im Wind zwischen viel mächtigeren Akteuren ist und, äh, im Endeffekt dort in eine Rolle kommt. Und, äh, vielleicht können wir es da schon bei belassen, äh, würde ich sagen. Ja. Äh, und, äh, zu den Sachen kommen, was hat uns denn richtig gut gefallen? Also, wir hatten es schon angesprochen, die Bilder sind bombastisch. Wahnsinn. Also, äh, das CGI sieht so toll aus, ich, ich hab lange nichts so Geiles mehr gesehen. Also, wirklich jeden Frame kannst du dir an die Wand hängen. Ja, das ist wirklich brutal und, aber das wird ihm dann auch nicht gerecht, weil der Sound ist zusätzlich noch so sick. Dieses Sounddesign ist perfekt. Mhm. Ich liebe es. Ich würde auch sagen, also, ich erinnere mich da an den ersten Teil, an diese Spice-Harvest-Szene, diese, wo das erste Mal der Wurm auftaucht, die ist ja auch mega geil, aber ich finde, äh, gerade im zweiten Teil, ich würde sagen, sie haben sogar noch mal eine Schippe draufgelegt. Ich finde auch, ich finde auch, es kommen wieder so Spice-Harvest davor und das schaut bombastisch aus, das hört sich super an, es ist einfach, du bist sofort drin und du hast sofort Lust wieder, oder noch tiefer einzutauchen eigentlich. Ja, also, ich finde, Dune als Science-Fiction zu bezeichnen, wird dem Ganzen auch nicht so ganz gerecht, weil ich finde, bei Dune ist der Sci-Fi-Aspekt, ja, schon auch Teil der Handlung, aber mehr ein Setting, würde ich fast sagen. Und, äh, klar, es gibt dann so Handlungselemente, auch wie das mit den Schilden zum Beispiel funktioniert und, ja, dass die Leute dann so auf so veraltete Technik und sowas setzen und so weiter und so fort. Ähm, das schon, aber ich würde sagen, das ist vielmehr ein Vehikel, um eine Geschichte zu erzählen, die sich durch dieses, diesen, ja, diese, diese Welt, in der sie spielt, in dieser, dieser Sci-Fi-Welt ganz bestimmte Kniffe ausgedacht hat, wie gewisse Sachen geregelt werden und damit wird ganz, ganz, ganz viel gemacht. Also, ich finde, dass es eben nicht nur dazu da ist, äh, coole Bilder auf die Leinwand zu zaubern, sondern diese ganzen Gimmicks in dieser Welt und diese, wie diese Welt funktioniert, das beeinflusst den Film und das beeinflusst, wie die Charaktere in diesem Film agieren und ich finde, das macht's so besonders. Ich finde, es ist, es fühlt sich alles so stimmig an, es fühlt sich nicht an, als hätte man sich gedacht, wir brauchen noch eine coole Kampfsequenz, klatschen wir mal krasse Bilder rein, wie es zum Beispiel ein Zack Snyder gerne macht, sondern es fühlt sich alles organisch in dieser Welt an, ich hatte nie diesen Moment, wo ich mir dachte, das passt jetzt nicht rein, so quasi irgendwie, da ist der, da, da ist der Disbelief irgendwie, ähm. Genau. Und, und es ist auch nicht so wie, äh, weil es ist auch ein Franchise, mit dem Dune hier oft verglichen wird, weil sich ja auch George Lucas viel bedient hat dort, äh, wie Star Wars, weil Star Wars ist im Endeffekt eine Märchengeschichte mit Ritter und Prinzessin. Ich finde, das zu vergleichen wird beiden Werken nicht gerecht. Genau. Aber Star Wars ist im Prinzip nicht so sehr auf dieses Sci-Fi, diesen Sci-Fi-Aspekt festgenagelt, würde ich sagen, weil eigentlich mit diesen ganzen Elementen nicht so viel gemacht wird wie in Dune. Also in Dune, wie gesagt, da sind Charaktere durch ganz, aus ganz bestimmten Gründen in gewissen Situationen eingeschränkt und ich finde, das macht's so interessant. Also das ist das, was, was, was es so spaßig macht, sich auch in diese Szenen so reinzudenken und sich zu überlegen, her, warum haben sie das nicht gemacht? Und man kommt immer in seiner Gedankenkette, finde ich, an einem Punkt, ach, stimmt, können sie nicht, weil. Ja, genau. Es gibt immer irgendeine Regel, die irgendwas blockiert. Ich finde das bei diesen ganzen, so, Sequenzen rund um die Harvester immer ganz toll. Genau. Weil es ja zum Beispiel so Interaktionen zwischen Schilden und Sandwürmern gibt, die Last Guns, mit denen man nicht auf die Schilde schießen kann. Und dann verkettert sich das alles so toll, dass du, vor allem eben, wenn du dich ein bisschen damit befasst hast, mit der Lore, dass du dir diese Szenen anschaust und dir denkst, Mensch, alles, was die hier machen, hat einen Sinn. Und zwar nicht nur, dass es geil ausschaut, sondern sie müssen das in der und der Reihenfolge machen, damit das so funktioniert, wie sie es brauchen. Und ich liebe so was. Genau, absolut. Und ich finde, das ist halt, du hast diese spektakulären Action-Szenen, jetzt auch im zweiten Teil wieder, die hatte man ja auch im ersten Teil, deswegen können wir da relativ unbefangen, glaube ich, drüber reden, weil es ist klar, dass der zweite natürlich das weiterführt, was im ersten schon irgendwie vorkam. Und es gibt diese Action-Szenen, aber es, und man denkt sich so, boah, das ist ja, das ist ja krass, was da gerade passiert. Aber wenn du, sobald du drüber nachdenkst, merkst du, es ist nicht over the top. Nee. Du müsstest so handeln in dieser Situation und das macht es so geil. Es gibt keine Szenen, wo ein Charakter, was weiß ich, über sich hinaus wächst und zwölf gegnerische Soldaten abschlachtet oder irgendwie sowas, sondern es ist alles immer nur, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Keiner, also jeder macht das, was gerade von ihm in der Situation benötigt wird und nicht mehr. Und es ist nicht so Showboating. Absolut. Außer dann, wenn es halt, wenn wir zu einem gewissen Charakter kommen, der halt Showboating die Person ist, aber ... Richtig, zu den Charakteren können wir gleich noch kommen. Wir waren jetzt gerade noch bei den visuellen und audiovisuellen Aspekten insbesondere. Was man vielleicht da noch mit reinnehmen könnte, wäre das Szenenbild. Das sieht wieder grandios aus. Es sieht so gut aus. Man merkt halt auch wirklich, die sind halt in der Wüste gewesen. Ja. Ich meine, Jordanien haben sie vieles gedreht. Das kann gut sein. Das habe ich irgendwo gelesen. Also sie sind in die Wüste gegangen und das sieht man diesem Film einfach an. Also das ... So erfrischend, endlich mal nicht wieder diese Kack-Volume zu sehen, die mich ... Am Anfang, muss ich sagen, war ich bei der Volume mega hyped, weil ich mir dachte, das ist viel besser als Greenscreen. Ich dachte mir auch und ich dachte immer so, ah, voll cool, jetzt kann man eigentlich so was richtig Hochwertiges irgendwie auch in sowas wie The Mandalorian, also in einer Serie irgendwie produzieren. Und man ist nicht mehr so auf dieses Budget festgefahren und das im Fernsehen oder in Serien dann immer alles so in diesem kleineren Scale passieren kann. Und man hat relativ schnell gemerkt, wie schnell das doch an seine Grenzen kommt. Man ist so schnell so faul wieder geworden. Genau, ja. Einfach alles mit der Volume, nichts mehr mit irgendwelchen Sets oder noch schlimmer vor Ort drehen. Und es ist so öde geworden mittlerweile Science-Fiction. Deswegen war ich zum Beispiel auch über einen Creator sehr froh, weil das auch erfrischend ausgesehen hat. Aber hier ist es noch mein Next Level. Ja, ich glaube auch, die Special Effects wirken vor allem deswegen so gut. Also klar, man muss dazu sagen, so ein Studio wie Disney zum Beispiel, die jetzt Marvel und Star Wars in ihrem Portfolio haben, die müssen natürlich, die haben nur so und so viele Special Effects-Leute, die sie beauftragen können. Die sind eh schon geschunden ohne Ende. Richtig. Und bei einem Dune gibt es halt ein Projekt und darauf kann man sich dann fokussieren. Aber was vielleicht wichtig ist, hier wird auch, wie ich finde, sehr gut gehaushaltet. Weil es wird auf diese großen bombastischen Momente, wo CGI richtig gut aussehen muss, da wird CGI reingebuttert. Aber du hast halt nicht irgendwie CGI in jeder Szene für jeden Hintergrund, für jeden Schmarrn und suchst dir halt die Stellen aus, wo du es wirklich brauchst und dann sieht es geil aus. Du lässt auch die Charaktere, zum Beispiel wenn wir jetzt bei den Fremen sind, einfach mal in ihrer Steinhöhle sitzen, ohne dass da, was weiß ich, ein gigantisches Höhlensystem aufgebaut werden müsste. Und das finde ich sehr, das fühlt sich erstens so organischer an und zweitens ist es natürlich einfach nur mega smart, weil du dir das Geld sparst. Absolut. Und es, ja, dadurch wirkt die ganze Welt auch so haptisch, finde ich. Also so, und, und, ja, haptisch und wenn da was in die Luft fliegt oder wenn da, wenn man auf diese Sandmeere rausschaut, dann wirkt es so nahbar und man kann diese Charaktere so nachempfinden in diesem Moment und das, finde ich, ist ganz wichtig. Hast du noch irgendwas zu den, sag ich mal, audiovisuellen Aspekten, sonst können wir auch gerne weitergeben? Das fängt jetzt eigentlich alles ganz gut ein. Ich habe vielleicht einen ganz guten Übergangspunkt zu den Charakteren und zwar vorher, ich hangel mich gerade so ein bisschen an diesen Oscar-Kategorien entlang, zu den Kostümen noch. Und ich fand die im ersten schon grandios, soweit ich weiß, waren sie auch für den Kostüm-Oscar nominiert. Ich glaube, sie haben ihn nicht bekommen. Da weiß ich es gar nicht, muss ich sagen. Ich bin mir gerade nicht, ich glaube, es war Cruella, der den dann gekriegt hat. Das kann sehr gut sein. Können wir gleich mal noch recherchieren. Aber der Zweite, der jetzt setzt bei den Kostümen, finde ich, nochmal einen drauf. Also es sieht wieder alles grandios aus. Ich hoffe auch, dass Paul Atreides ein beliebtes Halloween-Kostüm sein wird. Ich glaube, das ist fast ein bisschen zu aufwendig vielleicht. Glaube ich auch. Aber wenn sich da jemand die Mühe macht und das richtig geil ausschaut, dann ist es ein unschlagbares Kostüm. Also die Kostüme sind wieder grandios und genauso grandios. Und damit, wenn du noch was zu den Kostümen zu sagen hast, dann gerne jetzt. Ich hatte beim ersten Teil ein bisschen Angst, weil zum Beispiel die Kostüme von den Fremen und die Kostüme, oder die Kostüme, die Rüstungen von den Fremen und die Rüstungen von den Sadoka sich vor allem farblich sehr ähneln. Wie meinst du das? Also die Sadoka haben ja so ein bisschen so... So weiß. Ja, nicht ganz weiß, aber so abgegriffenes Weiß irgendwie so. So gräulich. Gräulich beige irgendwie so. Und die Fremen so sandfarben beige. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, wie macht man das, wenn, also ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wenn die Fremen mal auf die Truppen des Imperiums treffen. Ja. Die Harkonnen sind ja immer so ganz in Schwarz eigentlich. Ja, das ist klar, dass man die da farblich abgegrenzt hat. Das haben sie gut gemacht. Da hatte ich ein bisschen Angst. Aber ich finde, das ist jetzt in dem Teil auch kein Problem, weil ziemlich wenig Fokus auf diese Schlachtsequenzen gelegt wird dann tatsächlich. Ja, ich muss aber auch sagen, also was natürlich ein Unterschied ist, die Sadoka haben ja diese Raumanzüge mehr oder weniger. Und die Fremen haben ja so, ja so, so Balakalavas und so Schals und so ein Zeug. Und so Mäntel. Deswegen finde ich, unterscheiden die sich durch ihre äußerlichen Erscheinungsformen doch deutlich. Vor allem diese Fedakin-Rüstungen, also von den, also Fedakin, die Kämpfer der Fremen, die haben ja auch so einen Helm. Da musst du, glaube ich, ganz kurz erklären. Also du hast es mir gestern auch erklärt, aber wer das ist, vielleicht, vielleicht, die sieht man ja im ersten Teil schon, ne? Die Fedakin. Ja. Ich meine, das sind die, in dieser Traumsequenz. Ja, genau. Die, also man sieht, das ist der eine Shot, den ich im ersten Teil ein bisschen angekreidet habe, sieht man so eine Vision von Paul Atreides, wie er mit seinen, mit den Fremen kämpft. Und der hat eben so eine Rüstung an mit einem Helm, der dann aufgeht und man sieht so ein bisschen weird, das schaut so CGI aus irgendwie. Ja. Dann das Gesicht so reingepastet von Paul Atreides in diese Rüstung rein. Genau, ja. Und da gleicht sich das dann halt, da ist es dann auch dieser Weltraumanzug-Look bissel. Mhm. Der bissel nahe kommt zu diesem Sadoka-Ding. Ähm, ja. Was auch in der Lore theoretisch Sinn ergibt, was aber visuell natürlich, ähm, vor allem, wenn man sich jetzt nicht so gut in der Lore auskennt oder nicht so gut, ähm, oder sich generell nicht so viel mit beschäftigt hat damit, dann glaube ich, kann das verwirrend werden. Aber sie haben es, oder hätte verwirrend werden können, aber ich glaube, sie haben es ganz gut gelöst, muss ich sagen. Ähm, was ich da vielleicht noch anschließen will, also das gilt sowohl für die Kostüme als auch für die, ähm, Technik, die wir davor gesagt haben. Also diese großen Shots und diese, ja, wie diese Crawler und sowas funktionieren. Ich finde, das ist jetzt ein Vergleich zu einem anderen ganz großen Regisseur, der allen was sagen wird, und zwar James Cameron. Ähm, und ich finde bei James Cameron und jetzt halt auch bei Denis Villeneuve, also gerade jetzt bei Dune, finde ich, dass, du siehst diese ganze Technik und diese Technik wirkt so durchdacht. Also das wirkt so, als hätte jemand, hätten sich da Leute hingesetzt, die wirklich Ahnung haben, wie man, äh, äh, da kann ich jetzt mit dem Oscar gewinnen nochmal, äh, rein grätschen. Ja. Äh, bestes Produktionsdesign haben sie gewonnen. Genau, aber ich meine, die, äh, die, äh, für Kostüme waren sie nominiert, haben sie aber nicht gekriegt. Ja, haben sie nicht gekriegt. Äh, weißt du, wer den bekommen hat? Das, ich hab jetzt nur die von, äh, Dune hier offen. Ja. Also Dune hat quasi beste Filmmusik, beste Kamera, beste visuelle Effekte, bestes Produktionsdesign, Schnitt und Ton bekommen. Das, äh, vielleicht auch, das ist jetzt hier alles ein bisschen wirr, aber, äh, so ist auch unser erster Eindruck. Äh, ich finde, dass Dune da eine ähnliche Kerbe schlägt wie auch Herr der Ringe, die haben ja auch diese ganzen technischen Ausgleichsfragen bekommen. Ich glaube, Dune wäre jetzt auch kein Film, wo ich sage, ich fand ihn grandios, aber es wäre jetzt kein Film, wo ich sage, so, oh, es wäre ein Skandal, wenn da der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin nicht den Oscar bekommt. Ich finde, dafür ist es zu Ensemble-Film einfach. Es sind so viele. Ja. Wo aber auch, die, die, also ich weiß nicht, das hatten wir in irgendeiner Kritik schon gehört, ähm, die ordnen sich alle ein bisschen unter. So, also da ist niemand, der so sauer ist, wenn seine Screentime ein bisschen geringer ist, sondern geringere Charaktere mit krass besetzten Schauspielern, ähm, die haben dann weniger Screentime und das ist auch vollkommen okay. Absolut, also, äh, wie gesagt, ich glaube, dass es eher eben diese technischen Kategorien sind und auch sowas wie Regie für bestes Szenenbild, äh, beste, äh, beste Kostüme, ja, Hairstyling muss man mal gucken, Schminke, ja, bei den, bei den, äh, bei den Haakonnen natürlich. Ja, aber, äh, worauf ich ursprünglich hinaus will, ich finde, dass bei dem Film wirkt es so, als wäre diese ganze Technik und was sie da dabei haben, wie diese Kostüme designt sind, also wie auch diese, 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 wie heißen sie, diese Suits von den Fremen? Äh, Still Suits. Still Suits, genau. Ähm, diese Still Suits, es wirkt alles so, als hätte das einen Grund, warum diese Riemen so verlaufen, wie sie das tun und das wird ja durchaus auch im ersten Teil so mal kurz angesprochen und so, aber ich finde, diese ganze Technik wirkt so, als wäre das da wirklich, hätten sich da wirklich in dieser Welt, Ingenieure drangesetzt und hätten dann halt eben ein Schlachtschiff designt oder eben diesen Anzug designt und ich finde, das ist was, was so eine unglaubliche Immersion schafft, was, wo ganz viele andere, würde ich sagen, versagen. Ja, das stimmt. Und, und, äh, wir hatten gestern auch drüber geredet, weil wir vorhin gesagt haben, Sex Snyder, der Name fiel auch schon und, ähm, ich finde dieses, gerade wie die Harkonnen dargestellt sind, so dieses, dieses Düstere und wie die Raumschiffe und sowas aussehen, das hat mich so ein bisschen auch an, ähm, Man of Steel erinnert, an hier General Thoth und seine Kryptonianer, Krypt, Kryptonianer? Kryptonianer? Nee. Kryptoniden? Nee, das ist falsch. Die Leute vom Krypton halt. Ähm, äh, und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, aber bei Sex Snyder ist es eben so dieses Style over Substance, das sah schon geil aus und man muss auch sagen, Man of Steel ist einer seiner besseren, aber, ähm, äh, dort ist es so dieser Style over Substance, äh, Aspekt, wo man denkt, ja, das sieht cool aus, aber es gibt eigentlich jetzt keine wirkliche Erklärung, warum diese Sachen so aussehen, wie sie aussehen und dort ist es eben anders und das fand ich großartig. Ja, es ist so Form follows Function. Genau, ja. Und das liebe ich. Genau. Wenn sich die Welt gelebt anfühlt, ist das großartig. Genau, und das ist, deswegen musste ich ja jetzt auch nochmal zurückspringen, das ist nicht nur eben, wie sich die Charaktere verhalten, sondern auch, was für Sachen sie dabei haben, wie diese ganzen Sachen interagieren und funktionieren und, äh, das hat halt einfach ganz viel Spaß gemacht. Und ich finde, das wird auch immer ganz toll deutlich, jetzt im zweiten Teil, wenn man die Bedeutung der Fremen, äh, des Wassers für die Fremen, anschaut. Ja. Genau. Das ist auch, ähm, also das wird ja auch im ersten Teil schon, äh, beschrieben, wie wichtig, äh, was da in Arrakis ist und, äh, oder auf Arrakis ist und, äh, was das für eine Bedeutung hat und, ähm, im zweiten Teil wird das nochmal vertieft und ich finde, was die Nivel Neuf, also da müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, wie ihr das macht, aber ich finde, er schafft es da immer mit sehr geschickten Einstellungen, mit, äh, mit einem geschickten Gespräch oder auch tatsächlich auch mal nur was zeigen, ähm. Oder was, was im Hintergrund passiert, kriegt man mit, was diese, was, was, ja, wie diese Kult, diese Religion eben gelebt wird, die sie da haben. Das kann man ja fast so bezeichnen. Ja, also das ist ganz, also Wasser ist ja bei den Fremen ein elementarer Bestandteil der Religion. Genau, ja. Und das wird ganz schön eingefangen, muss ich sagen. Das ist auch eine gute Qualität, so Worldbuilding mit ein paar Key-Szenen hinzubekommen. Es ist viel, ähm, Exposition auf jeden Fall wieder. Das ist im ersten Teil ja auch. Und es ist auch oft so, dass Charaktere miteinander reden und uns Sachen erzählen. Ja. Es fühlt sich aber nie so an, als würden sie jetzt das nur erklären, weil wir als dumme Zuschauer daneben sitzen und, ähm, sie müssen das uns jetzt erklären, sondern sie erklären das immer schlüssig einer Person, die in der Lore oder, also in der Welt. Genau. Frisch dazukommt und, ähm, Sachen erklärt bekommen muss. Bekommen muss, ja, genau. Und das hat, da haben wir ja auch gestern schon drüber geredet, direkt nach dem Film, das ist, passiert dort eben so super organisch. Also es ist, wie gesagt, im ersten Teil haben wir das ja auch schon, man, wir können ja, man merkt schon, man kann hier ganz viele Sachen immer auf den ersten Teil beziehen und die werden einfach im zweiten Teil weitergemacht. Ähm, es ist eben immer so dieser Aspekt, dass, dass man so einen unwissenden Charakter hat oder Charaktere hat, die unwissend sind und es gibt jemand anderen, der eine gewisse Expertise in etwas hat und deswegen in einer gewissen Situation diesen anderen Leuten das erklärt. Und man hat nie das Gefühl, diese Charaktere reden jetzt eigentlich gerade für den Zuschauer, dass der Zuschauer checkt, ey, so und so funktioniert die Welt. Das hatte man im ersten Teil vielleicht noch so ein bisschen mit diesen Videos, die sich Paul Atreides anschaut. Ja. Finde dort was aber sehr gut gelöst eigentlich. Also das hat ja auch was mit seinem Charakter zu tun, da kannst du vielleicht mal ganz kurz noch was dazu sagen. Zu diesen Audiologs. Genau, ja. Ähm, ja, also ich, das ist, finde ich, okay, weil das ist auch im Buch so. Ja. Also er wird ja als grüner Jungspund, sage ich mal, mit nach Arrakis genommen und versucht dann natürlich so viel, so booksmart-mäßig, so viel wie möglich zu lernen. Und das, finde ich, ist dann plausibel genug für mich, dass man damit halt auch sich das zu einem nützlichen Tool machen kann, um diese wirklich komplizierte Lore einzuführen ein bisschen. Hat das was damit zu tun, dass Paul in den Büchern ja auch nicht nur der Sohn einer Bene Gesserit ist, sondern er wird ja auch gleichzeitig noch zu so einem menschlichen Computer, ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, dieses Mented-Training. Ein Mented-Training genießt. Hat das was damit zu tun, oder? Ähm, auch, aber das ist so parallel ein bisschen, so eine gewisse Neugier halt auch darüber, wo man hinkommt. Es ist jetzt nicht so, dass du einfach so eine Datenbank in Pauls Kopf füllst mit Informationen, dass… Also auch. Okay. Aber, ähm, also dieses Mented-Training beruht mehr darauf, halt schon mal gehörte Informationen mit anderen zu kombinieren. Also effizientes Denken, würde ich jetzt mal sagen. So wie berechnend quasi. Aber das muss man natürlich mit Informationen füttern, aber das ist jetzt nicht so, dass sie ihm so eine Google-Datenbank in den Kopf stecken und sagen, hier… Ja, also so ein analytischer Geist wird trainiert. Okay. Dazu muss man wissen, also in Dune, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, ist natürlich die Technologie zwar krass fortgeschritten, es spielt auf verschiedenen Planeten, aber auch irgendwo ein bisschen rückschrittlich. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Also ich greife da gerne jetzt auf dich zurück, weil du kennst die Bücher und du kennst dich auch in der Lore besser aus und ich rede jetzt im zweifelnden Schmarrn. Aber warum ist denn das eigentlich so? Also die rückschrittliche Technologie kommt im Endeffekt aus einem Krieg, also das ist so ein bisschen klischee-mäßig irgendwie Science-Fiction. Es ist halt ein Krieg gegen die KI. Das war Butler's Dschihad. Butler's Dschihad vor, ich weiß nicht wie viele tausend Jahre, zehntausend Jahre vor der Handlung vielleicht. Ich glaube ungefähr sowas, bei dem die Menschheit fast ausgelöscht worden wäre und danach hat man sich halt quasi darauf besonnen. Dann machen wir halt keine Denkmaschinen mehr, wenn die uns so Probleme machen. Und dann brauchst du natürlich andere Möglichkeiten, also große Informationsmengen zu verarbeiten. Deswegen auch die Mantids, die diese Computerrolle im Endeffekt übernehmen, aber halt keine Maschinen sind, sondern Menschen. War der Typ im ersten Teil, der nach, boah jetzt muss mir auch nochmal mit dem Namen helfen, der Planet, wo die Sadokar zu Hause sind? Salusa Sekundus. Salusa Sekundus, der von den Harkonnen, der da hingeht, der hat so einen schwarzen Strich auf der Lippe. Wahrscheinlich erinnerst du dich. Ist der auch ein Mantid gewesen? Ja. Ah, okay. Genau, und das mit dieser rückschrittlichen Technik, das sieht man tatsächlich auch. Jetzt hat auch im zweiten Teil nochmal, finde ich, also es ist mir nochmal so auffälliger aufgefallen, beziehungsweise ich kann mich halt an den natürlich besser erinnern. Ich habe den ersten jetzt lang nicht mehr gesehen, weil ich mich, wie gesagt, aufs Double Feature freue. Aber es gibt so eine Szene, die ist ganz am Anfang, wo jemand was aufzeichnet, eine Stimme aufzeichnet und dann praktisch vor so einem analogen Gerät sitzt, wo so ein Zylinder so beschriftet wird. Ja, das finde ich super schön. Und das finde ich auch ein super cooles Detail einfach. Das ist halt einfach nur in irgendein Aufnahmegerät reingequatscht, so wie es wir jetzt hier machen, sondern so eine haptische Tonspule beschrieben wird im Endeffekt. Genau, im Prinzip so eine alternative Schallplatte, wenn man so will. Ja, genau, das finde ich super toll. Sehr, super geil. Genau, hast du noch was zu diesen technischen Aspekten oder magst du da noch was loswerden, sonst würde ich vielleicht weiter zu den Charakteren gehen, außer du hast jetzt noch was über? Ich glaube, das führt zu tief, sage ich mal. Also ich kann dir da jetzt stundenlang drüber reden, aber ich glaube, das ist für so eine erste Reaktion ein bisschen zu viel. Genau, ja, vielleicht machen wir einfach mal nochmal was ausführliches zu Tune. Das kann ich, naja, kommen wir vielleicht im Schluss noch zu. Vielleicht erstmal zu den Charakteren. Wir haben wieder altbekannte Charaktere, also wir haben natürlich Timothee Chalamet, also so nennt man ihn oder so heißt er tatsächlich wohl, als Paul Atreides, der wieder natürlich die Hauptrolle spielt. Wir haben Shani, habe ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen, also genau, Zendayas Charakter. Sie war ja im ersten Teil eher so ein bisschen Beistück oder beziehungsweise eher so Werbung und die wurde da nicht so richtig. Ja, so Teaser für den nächsten Teil irgendwie so. Richtig, also sie hat ja da noch keine wirkliche Rolle gespielt, in dem spielt sie es dann tatsächlich und das auch sehr gut für, ich finde. Wir haben natürlich wieder Leute dabei wie Josh Brolin und den hat man natürlich auch schon im Trailer gesehen, also das ist jetzt keine Überraschung. Ich habe gerade kurz überlegt, den hat man schon im Trailer gesehen. Ja, aber man sieht ihn ja auch nicht sterben im ersten Teil. Genau, ja. Dann natürlich die alte Bekannte, hier unseren Skarsgut als Baron Harkonnen. Wir haben... Fliegender Jabba the Hutt. Absolut. Wir haben Rebecca Ferguson als... Lady Jessica. Lady Jessica. Genau, sie spielt auch wieder eine große Rolle im zweiten Teil. Ja. Ich finde eine kleinere als im ersten. Ich finde für die Story an sich eine größere als im ersten, aber für die Charaktere und für die Dynamik und sowas alles eher eine Untergeordnete. Sie ist mehr so Story Device als tatsächlich Charakter, würde ich sagen. Muss aber auch gar nicht, weil du hast sie im ersten Teil schon gut mitbekommen. Ich finde, es ist nicht zentral, dass sie jetzt da noch ein großes Development oder sowas durchmacht, sondern ich finde das eigentlich voll okay, dass man einen Charakter, den man schon ein bisschen ausgeführt hat und den man schon ein bisschen Background gegeben hat, dass der dann halt mehr so in den Background rutscht und mehr als Story Device fungiert. Genau. Sie haben wir wieder... Wen haben wir noch? Javier Bardem als Stilga. Ja, natürlich. Auch spielt, würde ich sagen, auch eine größere Rolle jetzt im zweiten Teil. Ja, im ersten Teil vor allem ja erst ab dem Moment, wo sie auf Arrakis sind, dann kurz ja mal, als es den Atreides noch gut geht. Ja. Und dann noch eine größere Rolle, als es den Atreides nicht mehr so gut geht. Und dann jetzt ist es natürlich eine ganz wichtige Figur auch, um die Entwicklung von Paul Atreides nachempfinden zu können. Ich finde, das sieht man vor allem an Stilga sehr, sehr schön. Nee, absolut. Und sonst wäre mir jetzt halt noch aus dem ersten Teil am meisten noch im Gedächtnis war. Jetzt war er noch Dave Bautista als Raban. Ja, Biest Raban. Biest Raban. Und wir haben einen ganz großen Neuzugang. Und wer ist das? Beziehungsweise was für ein Charakter ist das? Das ist von Austin Butler. Fade Rother Harkonnen. Mhm. Der Bruder von Raban. Mhm. Also auch der Neffe von Count Wladimir Harkonnen. Mhm. Und der, der im ersten Dune-Film von niemand geringeren als Sting gespielt wurde. Finde ich immer sehr nice ein Side-Fact. Ähm, und der ist so der, der ist der neue Poster-Boy der Harkonnens. Mhm. Der ist der, der, der Showkämpfer in der Arena ist. Er wird, ähm, eine wichtige Rolle für den, für die Entwicklungen auf Arrakis spielen. Mhm. Und er ist so, er wird so zum neuen Antagonisten, sag ich mal. Zum, zum Anti-Paul aufgebaut. Genau, ja. Ähm, neben ihm spielt jetzt auch noch der Imperator eine große Rolle. Finde ich super besetzt. Genau, von wem? Christopher Walken. Ich finde, das ist perfekt. Weil ich finde, alleine durch diese Besetzung musst du dem Charakter nicht viel Screentime geben, um ihn zu erklären. Ja. Ich finde, alleine, wenn Christopher Walken in die Kamera schaut, dann siehst du den Gravitos, den der, den der Imperator in diesem Universum besitzt. Und ich finde, das ist perfekt. Ja. Und damit haben wir eigentlich im Prinzip auch die drei großen Häuser in Dune abgedeckt. Also es ist einmal... Eine wichtige, ähm, neue Rolle würde ich noch einfügen. Und das ist Prinzessin Irohlan, die Tochter des, äh, Imperators. Und selbst auch Binnigasarit. Genau. Genau. Ähm, sie... Von wem wird sie nochmal gespielt? Sie wird von Florence Pugh wird sie gespielt. Genau. Ähm, also das sind so die großen Neuzugänge, beziehungsweise alte, äh, Dagebliebenen. Und dann sind, wie gesagt, auch unsere drei großen Häuser praktisch besetzt. Und da haben wir natürlich einmal Haus Atreides, die mittlerweile sehr dezimiert sind. Wir haben Haus Harkonnen, wie, äh, schon im ersten Teil. Und jetzt noch das Haus... Haus Corino, äh, das ist das Haus des Imperators, das mächtigste, ähm, das jetzt auch endlich mal eine Rolle spielt. Und es werden am Ende noch ein paar andere Häuser angeteasert, aber die spielen jetzt nicht so... Der sogenannte Landsrat, die Versammlung aller Häuser, die im politischen Kräftegleichgewicht des Imperiums eigentlich immer so... Es heißt immer, alle Häuser zusammen sind so stark wie Haus Corino alleine. Mhm, okay. Und das ist so quasi diese Waage, die sich das politische System gibt. Aber, aber, also, ich frage jetzt einfach mal ganz so nach, dadurch, dass sich ja Haus Atreides und Harkonnen eigentlich seit Ewigkeiten in so einer Fede befinden und in so einem, ja, mehr oder weniger Krieg, also das ist ja dann sogar so ein Krieg mit gewissen Regeln und wie viele Spione man haben darf und so weiter und so fort. Ähm, dadurch ist ja praktisch der Imperator nie in Gefahr. Die müssten sich ja verbünden, mindestens die beiden plus noch weitere, dass sie gegen Corino eine Chance haben. Ja, also eigentlich ist der Imperator relativ sicher innerhalb diesem System. Das ist ja auch, also die, das Haus Corino ist ja nicht erst seit fünf Jahren an der Macht, sondern, ja, seit Jahrtausenden im Endeffekt. Da sitzt immer ein Corino auf dem Thron und das ist ja auch in gewisser Weise die Stabilität, die in diesem feudalen System existiert und die ja auch wichtig ist für die Menschen, um ein bisschen, also um den Wohlstand genießen zu können und nicht permanent im Krieg zu sein miteinander. Natürlich gibt es kleine Kriege untereinander zwischen den Häusern, aber da wacht dann ja eben auch der Imperator drüber und schaut drauf, dass das nicht so ausartet, wie es ausarten könnte. Ja, äh, und, ähm, wie gut der Imperator da drauf geschaut hat, das sollte man vielleicht dann selbst im Kino sehen. Ähm, aber jetzt zurück zu den Charakteren. Wer war denn dein Favorite? Also wo sagst du, wenn du jetzt jetzt sagst, so, das war so wirklich für mich der Scene-Stealer. Für mich war das Rebecca Ferguson im ersten Teil tatsächlich. Ich fand, sie war wirklich grandios. Danach, ich bin ein ganz großer Oscar-Isaac-Fan. Ja, ich auch. Ich finde einfach... Ja, als, äh, als, äh, Literatradius ist auch ganz, ganz groß gewesen. Das stimmt. Ich glaube, boah, das ist für den Film jetzt ganz schwer zu sagen. Ich bin ein ganz großer Stilgar-Fan. Ich liebe Javier Bardem in der Rolle auch. Er bringt so einen gewissen Witz mit, der aber nicht so over the, oder was heißt nicht over the top, nicht, ähm, fehl am Platz wirkt, muss ich sagen. Ich finde, das ist auch ein ganz genialer Kniff, der sich dann auch ein bisschen verändert innerhalb des Films. Und ich finde, da kann man eine tolle Charakterentwicklung daran erkennen. Und ich finde, das ist wunderbar. Ich muss aber sagen, auch, dass Timothy Chalamet, vor allem in der Inszenierung, wie Paul Atreides inszeniert wird in diesem Film, nochmal so viel krasser ist als im ersten Teil. Absolut. Also, ich muss auch sagen, er war ein krasser Scenestealer in dem Film, nochmal. Ähm, ich finde, äh, Isandaria als Shani ist so ein bisschen das Herz des Films, wenn man so ein bisschen will. Also, sie ist so die Person, mit der man wahrscheinlich so am meisten mitfiebert, irgendwie, beziehungsweise so, für die man so am ehesten routet. Ähm, und, ja, ich finde, dieser Film zeichnet auch, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel sage, ganz interessant nach, dass du, dass Charaktere, die du ... Ich glaube, da rede ich lieber am Spoilerpad drüber, weil ich finde, das ist jetzt ganz schwierig, darüber zu reden. Also, ähm, insgesamt das Schauspiel, ich war komplett überzeugt. Ich finde, jeder Charakter hat das abgeliefert, was er abliefern sollte. Ich finde auch, wie, was du vorhin gemeint hast, in kleinen Rollen liefern die perfekte Performance ab, aber sind nicht so, dass sie die komplette Szene stehlen. Und, dass dann irgendwie das Hauptaugenmerk komplett verschwimmt. Ich finde es auch schön, oft ist es ja so, wenn du krass besetzte Schauspieler hast, dann wird, die Szene wirkt dann so wie ein Gimmick irgendwie. Schaut mal, wen wir noch gekriegt haben. Und das ist hier gar nicht der Fall. Genau, da springt ein A-Lister nach einem anderen durchs Bild ab. Du siehst einen Paul Atreides, du siehst eine Lady Jessica, du siehst eine Shani oder wen auch immer. Oder du hast eine Szene mit, was weiß ich, mit Christopher Walken, Florence Pugh und Lea Seydoux. Seydoux, ja. Seydoux, ja. Fühlt sich nicht, da fühlt sich niemand irgendwie krasser an in der Dynamik. Nee, die sind halt ihre Charaktere in dem Moment und spielen sich nicht irgendwie selbst. Und das ist, finde ich, was man da ganz hoch anrechnen muss. Ich finde gut bei Herr der Ringe, also ich liebe Herr der Ringe, aber ich finde die Schauspielerriege zu dem Zeitpunkt zumindest kannst du damit nicht vergleichen. Also das waren halt einfach mehr oder weniger Newcomer. Das sind ja alles wirklich schon etablierte A-Lister. Und ich finde dort eben auch, es stand diese Geschichte im Vordergrund. Du hast einen Aragorn gesehen, nicht einen Viggo Mortensen. Genau. Du hast einen Legolas gesehen, nicht einen Orlando Bloom. Und ich finde, das ist genau das, was hier wieder transportiert wird. Die Geschichte steht im Zentrum und die Schauspieler sind nicht da, beschäftigt sich irgendwie in den Vordergrund zu drängen, sondern ihren Charakter so gut wie möglich zu spielen. Und das ist, finde ich, auch eine ganz große Leistung, wahrscheinlich auch, denke ich mir, von Denis Villeneuve gewesen, in diesem Film so viele Schauspieler-Schwergewichte da reinzupacken, die alle ihren Platz bekommen. Aber eben, dass es nicht so wirkt, dass sich irgendwie diese Szene an sich reißt, sondern der Fokus ist immer ganz klar auf der Geschichte und das ist, finde ich, was ganz Wichtiges. Ja, das finde ich auch super schön, weil generell bei diesen, das ist einfach bei diesen Ensemble-Filmen oft halt einfach ein Problem. Und hier wirkt es aber nicht wie ein Ensemble-Film, sondern einfach nur wie ein sehr gut besetzter Film. Absolut, absolut. Und ich finde, das ist halt auch wieder dieser Gesamteindruck, wir haben dieses tolle Szenenbild, wir haben tolle Kostüme, wir haben tolle Special Effects, wir haben tolle Schauspieler, wir haben natürlich eine tolle Geschichte, ist eine adaptierte Geschichte, aber eine gut adaptierte Geschichte, das ist ja auch nicht. Du kannst ja nicht, auch gerade sowas wie Dune gilt ja als so unverfilmbar irgendwie und du kannst das nicht eins zu eins übernehmen. Das haben sie bei Hatterringe auch nicht gekonnt. Ja, das ist richtig. Und deswegen wäre auch meine nächste Frage, vielleicht bevor wir dann auch langsam in den Spoiler-Part kommen. Du als Buchkenner, würdest du sagen, bist du, also du mochtest den Film, das hast du ja schon gesagt, aber bist du mit der Adaptionsarbeit, sag ich mal, zufrieden? Ich würde sagen, ja. Es wurde viel verändert, muss man auch sagen. Es sind Szenen anders angeordnet, es sind Charaktere, vor allem jetzt im zweiten Teil, werden manche Charaktere mehr oder weniger gestrichen, aber die Rolle, die anderen Charakteren dafür dann zukommt, ersetzt das eigentlich relativ eins zu eins. Und ich sag mal, manche Sachen werden auf eine andere Art und Weise umgesetzt, wie man es jetzt vielleicht erwartet hätte, wenn man das Buch gelesen hat. Aber ich finde, das Wichtige bei einer Adaption ist nicht, dass du 100% genau gleich das machst, was im Buch steht, sondern du musst den Geist des Buchs wiedergeben. Und das wird hier perfekt erreicht. Also da kann man, finde ich, nicht meckern. Es ist natürlich schade, ich hätte einen, das kann ich jetzt nicht sagen, das mache ich erst im Spoiler-Part, Ich hätte vor allem eine Rolle gerne gesehen. Ist dann halt schade, aber es ist besser, dass es so ist und der Geist des Buches ein bisschen wiedergegeben wird, als dass man jetzt noch die Szene reinquetscht und die Szene reinquetscht und damit sich dann das komplette Pacing verhaut. Finde ich, hat Villeneuve hier super gemacht. Ich finde, also ich bin eigentlich recht zufrieden. Würdest du sagen, du hättest den Film mehr gemocht oder die Filme mehr gemocht, wenn du das Buch nicht gelesen hast oder gerade, weil du es gelesen hast? Ich glaube, gerade, weil ich es gelesen habe. Ich glaube, es wäre sehr verwirrend gewesen, wenn ich es jetzt nicht gelesen hätte. Und ich glaube, dann wäre es auch schwieriger gewesen, reinzukommen. Das war es mit dem Buch auch. Ich habe es auf Englisch gelesen das erste Mal und das ist wirklich Katastrophe gewesen. Ich muss es zweimal lesen, bevor ich es wirklich gefeiert habe. Aber es ist noch ein so viel reichhaltigeres Erlebnis, das anzuschauen und zu wissen, die Charaktere handeln so, weil sie so müssen, wie wegen der Lore. Und das macht es, finde ich, noch ein bisschen, das macht es noch schöner irgendwie. Ja. Okay, ja, Nathan, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das Buch damals auch, beziehungsweise ich habe das Hörbuch mal angefangen. Und man muss dazu wissen, im Buch wird nichts erklärt. Also da werden dann so Sachen gesagt, wie der Butler's Dschihad ist da und da und Haus Corino. Und da werden halt dann irgendwelche Namen gedroppt und da wird nichts erklärt in diesem Moment. Und es gibt hinten ein Register, wo du das alles nachschauen kannst. Natürlich bist du dann die ersten paar Kapitel nur am Blättern die ganze Zeit. Das war sehr nervig. Und als Hörbuch hast du diesen Luxus, sage ich mal, nicht in Anführungszeichen. Das ist natürlich echt schwierig. Und dann, ich dachte mir irgendwie so nach einer halben Stunde, was ist das hier? Was gebe ich mir hier? Ich verstehe gar nichts. Ich könnte mir das genauso gut auf Chinesisch anhören. Ich verstehe hier nichts. Und habe es dann gelassen. Im Nachhinein muss ich es irgendwie nochmal versuchen oder ich lese es einfach. Ja, wie gesagt, auf Englisch war es dann schwierig, weil man, es ist halt auch relativ altes Englisch. Weil es ist ja aus dem, wann ist denn das Buch geschrieben worden? 69? Nee, so was. 65. 65, ja. Also es ist schon, ich war mir dann auch teilweise nicht sicher, ist das jetzt ein Wort, ist das Wort, das ich hier lese und ich verstehe jetzt ein Wort, das nur innerhalb der Welt oder innerhalb der Law Sinn ergibt? Oder ist es einfach altes Englisch, das ich nicht kenne? Ah, okay, okay. Also da war ich dann, da habe ich auch manchmal einfach zurückgeblättert ins Register und das Wort nicht gefunden. Ah ja, und da ist es auch, genau. Weil es ein altes englisches Wort ist und da musste ich zusätzlich noch googeln, was heißt jetzt dieses Wort eigentlich? Also das erste Mal lesen war sehr verwirrend. Aber wenn man das wahrscheinlich hinter sich gebracht hat, dann schließt man sowas irgendwo auch ganz tief ins Herz. Ja, ich finde, ich denke so, das ist jetzt so ein Achievement. Ich habe es geschafft, Dune zu lesen. Ja, genau, genau, genau. Gut. Bevor wir jetzt zum Spoiler-Part kommen, hast du noch irgendwas? Sonst würde ich nämlich noch einen Part anschließen hier ganz kurz und dann können wir zum Spoiler-Part kommen. Also ich bin, ich haue alles, was ich noch zu sagen habe in den Spoiler-Part, weil dann kann ich befreit drüber mir das von der Seele reden. Richtig. Vielleicht, wo wir beide noch nichts zu sagen können und wo wir sehr gespannt sind. Wir freuen uns, wie gesagt, auf den nächsten Sonntag fürs Doppel-Feature, weil, also mein Eindruck ist, dass die Filme super back-on-back funktionieren werden. Ja, ich hoffe. Und ich hätte mir entweder gewünscht, mach den Film 15, 20 Minuten länger und lass den dann auch mal, also lass den dann in den wichtigen Momenten atmen und gib mal, da will ich dann später im Spoiler-Part drauf kommen, auch Paul mal eine Szene, wo ich merke, was in ihm los ist. Das hätte ich mir gewünscht, ein bisschen mehr. Oder dass einfach mal, dass nicht einfach geschnitten wird und dann ist es wieder ein komplett anderes Setting in dem Moment. Ich finde, das ist gerade in der Zeitspanne, wo er bei den Fremen so ein bisschen introduced wird und die Kultur ein bisschen mitkriegt. Da hätten zwei, drei Szenen mehr wirklich nicht geschadet. Ja. Aber, also wie gesagt, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Das ist Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber deswegen fühlt es sich am Ende so ein klein wenig gerusht an. Ein bisschen abgehackt irgendwie so. Genau, abgehackt. Das ist vielleicht der richtige Terminus. Also, das ist so mein einziger Kritikpunkt. Und es ist natürlich, so ist es ja beim Buch offenbar auch, wenn man da nicht wirklich sich mit beschäftigt, wird man schnell abgehängt. Das glaube ich auch, ja. Und deswegen bin ich jetzt auch ganz gespannt drauf. Den ersten, wie gesagt, ich habe ihn jetzt lang nicht mehr gesehen. Also, tatsächlich mit Absicht, weil ich mir dachte, okay, es wird dieses, also ich war mir sicher, es wird ein Double Feature geben. Und dann dachte ich mir, okay, nee, dann will ich den nochmal im Kino sehen. Und jetzt wollte ich ihn auch nicht kurz davor nochmal sehen, weil dann schaue ich am Sonntag zwei Filme, die ich gerade eine Woche vorher beide gesehen habe. Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich den jetzt lang nicht mehr gesehen und deswegen bin ich ganz gespannt, wie es im Double Feature sein wird. Wie gut es funktioniert, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du praktisch eine ganz große Geschichte hast mit einem ersten Akt, mit einem zweiten Akt und einem dritten Akt. Und in jedem dieser Akte durchläuft unser Protagonist Paul Atreides eine Entwicklung und da mehr werden wir jetzt nicht sagen dazu. Und dann, glaube ich, fühlt es sich richtig gut an, weil dann das Pacing nicht so off ist im zweiten. Weil im zweiten ist es am Anfang sehr langsam und dann knallt so richtig, hat man so den Eindruck. Also dann geht es so richtig zur Sache. Weil Paul auch irgendwie so zwei Charakterwandlungen in einem Film haben muss. Er muss bei den Fremen ankommen und dann entwickelt er sich dort natürlich auch noch weiter. Und das ist so, das ist ein bisschen viel für einen Film vielleicht. Aber ich glaube, wenn du so als dritten, als zweiten Akt von drei in, ich nenne es jetzt einfach mal, einem langen Dune-Film hast, dann, glaube ich, funktioniert es sehr gut. Genau, könnte ich mir auch vorstellen. Wir werden da auf jeden Fall nochmal im Dini Will Neve Talk vielleicht was dazu sagen, wie es war. Aber mein Gefühl ist, es könnte mir vielleicht nochmal besser gefallen. Beziehungsweise diese Kritikpunkte, die ich jetzt gerade geäußert habe, die wiegen viel weniger stark, nochmal viel weniger stärker, wenn ich die im Double Feature sehe. Weil ich glaube, genau so ist auch dieser Film intended to be seen. Mir ist gerade eingefallen. Ich hoffe einfach nur, dass der Sand dasselbe Color Grading wie im ersten Teil hat. Weil wenn das jetzt so ein visueller Bruch wäre, auf einmal ist der Sand orangeer, als er vorher war, dann, glaube ich, würde mich das ziemlich ärgern. Ehrlich gesagt, ich hatte das so ein bisschen in Erinnerung, dass im ersten Teil der Sand irgendwie so, nicht so orange war, sondern so weißer, so heller. Es war so entsättigt irgendwie ein bisschen mehr, oder? Genau, eher so weißlich fast. Der Gedanke ist mir gerade gekommen und ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Angst. Oh je, naja gut. Wir werden das Doppelfeature überdauern. Genau, wir kommen jetzt zum Spoiler-Part. Also bitte abschalten, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Unbedingt, unbedingt abschalten. Schaut euch den im Kino an, ohne irgendwelche, ich glaube, ihr habt eh schon zu viel gehört eigentlich. Aber es passieren Dinge und die will man eigentlich im Kino gesehen haben. Also ich würde sogar weitergehen, man muss die im Kino gesehen haben. Ich finde, ich habe so oft sowas gehört wie, ja, genau dafür ist Film gemacht, wie sowas wie Dune. Und ich finde, das ist nicht so ganz wahr, weil ich finde, Film ist dafür gemacht oder unter anderem auch dafür gemacht, Geschichten zu erzählen. Und das kannst du, du kannst auch nur ein Gerichtsdrama erzählen, du kannst auch nur ein Thriller erzählen. Das muss kein Action-Spektakel sein. Ist der Film fürs Kino gemacht? Ja, das ist wahrscheinlich noch mehr, weil gerade diese Bilder wirken im Kino irgendwie nochmal opulenter. Aber ich würde sagen, so was am Ersten zutrifft, ist diese, also wirklich, ja, die Special Effects, beziehungsweise diese ganze Mühe, die sich für diesen Film offenbar gemacht wurde, das ist fürs Kino gemacht. Das ist wirklich für die ganz, ganz große Kleinwand. Und deswegen, schaut euch den meinetwegen fünfmal im Kino an und dann meinetwegen nie wieder in eurem Leben. Aber schaut den im Kino und nicht zu Hause. Sagt nicht, ah, den schaue ich dann, wenn es den umsonst im Streaming gibt. Ja, Streaming, ganz, ganz böse Sache bei so einem Film. Genau. Das ist einfach, da steckt so viel Herzblut drinnen. Ja, also, also auch, also ich werde mir den hundertprozentig auf Blu-ray holen. Aber ich weiß, dass ich diesen Film nie so genießen werde wie im Kino. Und ich würde, also man muss sich überlegen, wenn ihr jetzt habt praktisch, das ist vielleicht, so wird es ja oft bezeichnet, das Herr der Ringe unserer Zeit. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Genau, und das will man nicht verpasst haben. Ja, genau. Und nicht in zehn Jahren darauf zurückschauen und sagen, oh, ich hatte die Chance, den zu sehen. Und dann, ja, im Heimkino fand ich ihn ganz okay. Das ist meinetwegen so wie auch bei James Cameron, Avatar 2. Das ist fürs Kino gemacht, schaut den im Kino. Ich habe den auch nie wieder zu Hause angeschaut, Avatar 2. Bei Dune bin ich mir sicher, wir werden noch ein paar Mal schauen. Ja, da kommen noch ein, zwei, drei, vier Rewatches auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, also stand jetzt, dass ich Dune tatsächlich auch zu so einer, ja, zu so ein regelmäßiges Ding irgendwie bei mir wird, wie es auch Herr der Ringe ist, dass ich das immer mal wieder so in einem Marathon schaue. Dass man so einmal alle eineinhalb Jahre oder so was, dass da der Gedanke aufploppt, oh, Dune. Ja, genau, richtig. Also Dune ist auf jeden Fall gehört für mich jetzt schon zu diesen Welten und diesen Universen, die ich ganz doll ins Herz geschlossen habe. Und wir hatten es ja vorhin schon gesagt, es ist nicht unbedingt vorbei. Also das sollte man vielleicht jetzt auch noch beim zweiten Teil wissen. Das wurde auch schon in Interviews gesagt. Der Film ist abgeschlossen, das Buch ist abgeschlossen. Aber es gibt ja mehrere Bücher und die Charaktere sind teils, teils oder da will ich jetzt nicht zu sagen, am Leben oder haben noch Sachen vor. Und da könnte noch was kommen. Und die Nivel Neuf hat ja selbst gesagt, er würde auch noch Dune Messiah, also das zweite Buch noch verfilmen. Das ist wesentlich dünner als das erste. Also das würde dann auch in einen Film wahrscheinlich passen. Und es geht vielleicht weiter. Es gibt, wie gesagt, eine Bene Gesserit-Serie, die in der Mache ist. Also wir sind wahrscheinlich noch im Dune Cinematic Universe ein bisschen unterwegs, hoffen wir zumindest. Das kommt natürlich jetzt auch auf die Einspielergebnisse an. Das ist richtig. Aber ja, ich freue mich auf mehr. Wenn es so wird, dann bitte. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie sie es machen, weil es wurden dann doch ein paar Änderungen vorgenommen, die jetzt dann großen Einfluss auf den nächsten Teil haben dürften. Man muss ja auch sagen, der zweite Teil spielt ja einige Jahre nach dem ersten Teil. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie viele, aber schon, also mindestens zehn. Zwischen zehn und zwanzig, würde ich jetzt mal sagen, spontan. Da bin ich dann auch gespannt, weil ich glaube nicht, dass sie recasten werden. Also die werden jetzt nicht, wenn sie den Timothee Chalamet haben, dann werden die den nicht recasten. Also ich glaube, da wird der Zeitsprung deutlich geringer sein und dann wird sich viel verändern. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, da können wir jetzt vielleicht mal die Sirene setzen. Jetzt wird gespoilert, weil da geht es nämlich auch um einen ganz speziellen Charakter. Ja, gut, also Spoiler frei und zwar, ja. Jetzt, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Das ist so viel. Also vielleicht erstmals mit dem Kernelement. Es geht ja darum, also Timothy Chalamet wird im ersten Teil, oder Timothy Chalamet, also Paul Atreides wird im ersten Teil so aufgebaut wie einen, ja, so einen Luke Skywalker so ein bisschen. Ja. Ja, so denkt man erst mal. Er ist so der, 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 der Good Guy, der Held, ist unser Protagonist. Und Luke Skywalker arbeitet mit mehr als zwei toten Relatives. Genau. Und er ist mehr oder weniger, den vergleiche ich hier öfter mal gehört, ja, er ist mehr oder weniger so Anakin Skywalker tatsächlich. Also er ist so dieser, dieser Chosen One. Die Bene Gesserit haben ja jahrelang eine, eine Blutlinie, sag ich mal, hergezüchtet, um einen Kwisatzhadarak, irgendwie sowas. Der Kwisatzhadarak. Der Kwisatzhadarak, ähm, zu, äh, zu erschaffen. Und, äh, das soll eine Messiasfigur sein im Endeffekt. Und, ähm, Lady Jessica, äh, Pauls Mutter ist selbst eine Bene Gesserit und hat mehr oder weniger ihren Sohn zu diesem Kwisatzhadarak gemacht. Äh, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Äh, und, ähm, äh, ja, daraus folgen viele Konsequenzen. Und im Endeffekt, was Junia erzählt, oder das ist das, was ich mitbekommen habe, du kannst mir jetzt gerne ins Wort quatschen gleich, ist, wie ein, wie Paul zu dieser, zu dieser Symbolfigur erkoren wird. Eine Rolle, die er eigentlich selbst gar nicht wollte. Ja. Und durch äußere Umstände und äußeren politischen Einfluss von verschiedenen Akteuren im Endeffekt ihm keine Wahl gelassen wird, als diese Messiasrolle anzunehmen und so gesehen einen Religionsglaubenskrieg über die Galaxis zu ziehen und einen riesen Blutbad anzurichten. Äh, er wird im Buch ganz offen mit Adolf Hitler und Genghis Khan verglichen. Ah ja, okay. Ja, ja, ja. Das, ähm, ist wild, wilder Vergleich, sag ich mal. Ja, aber, ähm, also es ist, äh, der zweite Teil ist jetzt die, der Wandel von dem Protagonisten, mit dem wir mitfühlen, zu einer Person, wo wir, der am Ende inszeniert wird wie ein Bösewicht. Mhm. Also, visuell, mit dem wir immer noch mitfühlen und bei dem wir ein bisschen verstehen können, warum er tut, was er tut. Ja. Aber die Konsequenzen davon sind halt furchtbar. Vor allem, wenn man weiß, was jetzt, dass jetzt zwischen Buch 1 und Buch 2 halt Milliarden Lebewesen, also Milliarden Menschen sterben werden, weil, ähm, weil Paul Atreides den Krieg über die Galaxis bringt. Mhm. Das ist, ja, ja, äh, also wie gesagt, das ist ja irgendwo auch eine, ja, eine tragische, tragische Geschichte irgendwie, weil er das ja eigentlich nicht aus bösen, äh, Beweggründen irgendwie tut. Und, äh, dazu vielleicht auch gleich zu meiner Kritik, die ich vorhin geäußert hatte, das bezieht sich so ein bisschen auf diesen, es gibt zwar nicht diesen Bruch mit Paul, also es ist eine fließende Bewegung, es wird im, ähm, im Film wird's auch beschrieben, eine, ähm, eine Bewegung von, ähm, von Mitstreitern zu Followern. Ja, Freunde zu, Freunde zu Nachfolgern im Endeffekt. Genau, so Friends to Followers. Das ist das, was ich vorhin meinte, was man Stilga sehr schön sieht. Am Anfang hat man noch so diesen Friendly Banter miteinander und sie joke ein bisschen rum und sowas, machen ihre kleinen Witzchen und es hört dann irgendwann komplett auf, weil Stilga zu einem fanatischen Nachfolger von, ähm, Muad Dieb, also Pauls Fremen-Name wird, der dann zu so einer gottgleichen Figur aufgeschwungen wird. Genau, und das ist das, wo mir so ein bisschen der Punkt gefehlt hat, also im Film, im Buch ja wohl auch, ist es so, dass sich eigentlich die ganze Handlung des ersten Films jetzt hat und der, also wo, wo praktisch dieses Spice gehavestet wird, das ist eigentlich nur auf der Nordhalbkugel, äh, auf Arakis. Die Südhalbkugel gilt so als unbewohnbar, beziehungsweise da wohnen nur so ein paar hartgesottene Fremen. Also ein paar ist gut, aber es sind so, wie viel ist das, 20 Millionen? Ja, also es sind schon viele. So ein paar mehr. Ja, ähm, aber diese, äh, diese Fremen, das sind halt harte Fanatiker und deswegen hat Paul auch durch seine Vision, die er auch schon im ersten Teil hat, natürlich eine Riesenangst, da hinzukommen, weil wenn sie, also, wenn sie ihn als diesen Messias annehmen, dann werden sie im Zweifel halt diesen Krieg über die Galaxis bringen. Das ist ja das, wovor er so eine große Angst hat. Und im Endeffekt ist der Mechanismus, warum der Krieg über die Galaxis gebracht wird, ja eigentlich, Paul Atreides verspricht den Fanatikern, dass sie den Planeten Terra formen. Ja. Das Grün zurück auf Arakis bringen und eine paradiesische Welt auf Arakis erschaffen. Mhm. Dafür braucht er die Macht, das zu tun, weil das ist teuer ohne Ende. Mhm. Und um diese Macht zu kriegen, also er muss diese Macht kriegen, damit er selber nicht, nicht abgemurkst wird von den Fremen, weil er der falsche Messias ist. Das bedeutet, er muss die Macht erstreiten. Der Landsrat ist dagegen und dann gibt's eben Krieg in der ganzen, in der ganzen Galaxie. Genau. Und, also, er hat den ganzen Film, das wird immer wieder angesprochen, dass er Angst hat oder sich weigert, in den Süden zu gehen. Ja. Es gibt dann auch die Mutter gerade, die, also seine Mutter, die immer sagt so, ja, du musst in den Süden kommen. Das meinte ich mit so Plot-Device mehr. Genau. Und du musst sie, musst praktisch diese Leute für House of Trades kämpfen lassen und so weiter. Und er sagt immer, nee, kann er nicht machen, weil dann passiert hier ein riesen Blutball. Also, er scheut immer davon, davon zurück, also diese Prophezeiung, die auf dem Planeten gesät wurde, von wegen, es wird der, ähm, der Mardi, äh, kommen, also der, der Erlöser, im Endeffekt als Sohn einer, oder als Kind, ich glaub, ist das nicht, na doch, ein Sohn einer Bene Gesserit, einer Reverend Mother, wie es ja Lady Jessica ist. Das ist eine von den, ähm, Bene Gesserit gesäte Erzählung, Legende quasi, so als Failsafe für den Fall, dass mal eine von ihnen da strandet. Und, ähm, und eben quasi, ähm, Propaganda als Hilfe benötigt, die man dann ausnutzen kann. Und, ähm, in diesem Bene Gesserit Training ist Lady Jessica ja vollends drin. Und das bedeutet, sie scheut auch nicht, nicht davor zurück, das auszunutzen. Paul aber schon, weil er mit Precognition so ein bisschen, mit diesen ganzen Spice-Träumen die Zukunft so vage sehen kann. Genau. Und merkt so, äh, da kommt was. Genau, und, äh, was mir so ein bisschen zu schnell dann ging, war, dass Paul die ganze Zeit gesagt hat, nee, 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 Süden machen wir nicht. Und dann, ja, fuck it, ich geh jetzt in den Süden. Ja, ja, ja. Und dann ist er so, im Prinzip, also, ich hab diesen Moment bei ihm nicht gesehen. Im Endeffekt geht er, es ist eine Szene, wo er sich dann entscheidet. Er sagt in der Szene davor noch, ich geh da nicht hin, dann kniet er sich auf den Boden, redet kurz mit, äh, mit sich selbst und mit Jarmis, also als die Personifikation seiner Visionen irgendwie. Und dann sagt er, ja, fuck it, we ball. Genau, und das ist mir ein bisschen zu schnell gegangen. Plus, es gab so am Anfang so ein paar Stellen, wo er so bei den Fremen ankommt, deren Kultur lernt und dann auf einmal sind sie in einem Kampf gegen so einen Spice-Harvester-Ding. Und da hätte mir einfach eine Szene gefehlt, wo er zurückkommt in diesen Unterschlupf oder sowas. Und wie sie dann losziehen, ja, wir haben unsere erste, du hast, kommst auf deine erste Mission mit, keine Ahnung, sowas. Das, das, sowas, das waren so diese klitzekleinen Dinger, wo ich. Diese Connector-Szenen. Genau, diese Connector-Szenen, die hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht noch. Und ich meine, der Film ist sowieso fast drei Stunden lang, das hätte das Ding jetzt auch nicht mehr fett gemacht. Das stimmt, ja. Also hätte man da einfach dem Ganzen so fünf, zehn Minuten maximal insgesamt überall einfach so ein bisschen das unter Ausfleischen. Und das hätte man durchaus, finde ich, sinnvoll nutzen können, weil Shani eine viel größere Rolle im Film spielt als im Buch, wie du gemeint hast. Und sie ja im Prinzip Paul auch so ein bisschen davon abhalten will, diesen Weg zu gehen. Und es wird ein großer Bruch zwischen den beiden angedeutet, der offenbar noch nicht ausdiskutiert ist, zumindestens wirkt das so am Ende des Films. Also sie haut ja dann am Ende eigentlich ab. Sie ruft ihren Sand, weil man geht in die Wüste. Genau, aber ich habe das Buch jetzt auch schon lange nicht mehr gelesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann letzten Endes ist, ob sie dann auch in die Wüste wieder zurückgeht. Aber da ist der, also der Bruch ist auf jeden Fall zwischen Paul Atreides und Shani mehr deswegen, weil man halt, weil Paul Atreides halt eine andere heiratet. Er heiratet am Ende Irolan, die Tochter des Imperators, um Legitimität ein bisschen so mitzukriegen. Ja. Und da ist mehr so der Bruch, weil Shani natürlich obviously enttäuscht ist, dass sie nur so die Konkubine ist. Ja. Und jetzt im Film ist es aber mehr, dass Shani halt diesen ganzen religiösen Hype um Paul Atreides halt gar nicht mitgeht und deswegen schon eher enttäuscht ist und mehr, und dieser Bruch halt eben quasi von diesem religiösen Fundamentalismus versus Realismus und, ja, also dass sie mehr daher rührt quasi. Genau, und ich finde, das hätte man irgendwie gut verbinden können. Also ich finde, das ist ja eigentlich ein interessantes Handlungselement, das sie da reingebracht haben mit ihr und deswegen verstehe ich nicht, warum, also es wirkte manchmal so, als wären so gewisse Szenen rausgeschnitten worden, so hat es gewirkt auf mich und das fand ich irgendwie, also ich fand es ein bisschen eigenartig einfach. Ja. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was mir bitte aufgeschlossen ist. Ich glaube, das ist hauptsächlich ein Problem beim ersten Mal schauen, weil man manchmal in so Szenen reingeht und komplett verwirrt ist und sich denkt, was passiert jetzt hier gerade eigentlich? Ja, ja, absolut. Ich glaube, das ist, wenn man es öfter schaut und vor allem, wenn man es als Double Feature schaut, glaube ich, könnte das weniger ein Problem sein, aber beim ersten Mal schauen hätte ich mir da tatsächlich auch ein paar mehr so Szenen dazwischen gewünscht. Ja. Wir hatten auch darüber gesprochen, über diese Szene, wo Shani dann am Ende mit dem, oder relativ kurz vor dem finalen Showdown mit so einem Onythopter unten im Süden ankommt und nirgendwo, also das letzte Mal, als man sie da vorgesehen hat, ist sie auf einem Sandwurm. Ja, irgendwo hingeritten. Irgendwo hingeritten und dann kommt so ein harter Cut und dann kommt sie mit dem Onythopter an, der von dem vorher nie die Rede war und keiner weiß, wie der da eigentlich hingekommen ist. Und ich finde, das hättest du ja erzählen können, dass Gurney den irgendwie mitgebracht hat, weiß ich nicht. Aber, also das hätte man ja durchaus erzählen können, das ist ja gar nicht der Punkt. Oder halt, warum überhaupt ein Onythopter? Man kann ja es ja auch einfach mit dem Sandwurm ankommen lassen. Also du musst halt legit, musst du, keine Ahnung, fünf Sekunden rausschneiden und dann ist sie halt einfach dort. Genau, genau. Das ist logischer, als wenn dieser Onythopter da hinkommt. Das ist wirklich die eine Szene, wo ich mir dachte, das ergibt irgendwie gerade keinen Sinn für mich. Ja, ja, absolut. Also das ist aber die, das ist jetzt schon Nitpicking, das muss man echt sagen. Ja, ja, klar. Also das sind Kleinigkeiten gewesen, aber da denke ich mir so, da sind so, so schade, dass es trotzdem zumindest diesen ersten Eindruck gemacht hat. Ich bin jetzt wie gesagt, gerade deswegen gespannt auf Stubble Feature, ob das sich ändert. Gibt es noch irgendwas, was du noch ansprechen willst? Ich würde noch mal zu den großen Veränderungen gehen. Ja, bitte. Vor allem eine. Und das ist, was mit der Schwester von Paula Trades gemacht wird. Meintest du diesen Charakter vorhin? Eigentlich, nee, ich meinte Count Hasimir Fenring. Ah, okay. Der ist auch ziemlich cool, aber der ist eigentlich nur in meiner Part im Buch. Ja, okay. Aber ich meine jetzt, also größere Veränderung ist, und da war ich auch sehr gespannt drauf, wie sie es machen, weil im Buch ist es so, dass die Schwester von Paula Trades, mit der Lady Jessica ja schwanger ist, die erlangt dann im Endeffekt noch im Mutterleib Bewusstsein, wie es auch hier im Film ist, durch dieses Ritual mit dem Water of Life. Da werden ja quasi das Bewusstsein von allen Reverend Mothers, also es ist im Endeffekt immer so, bei diesem Ritual kommt immer einer dazu. Immer ein Bewusstsein dazu und es wird dann gestackt und dann wird alles an die nächste Person weitergeben. Und hier halt auch an das Kind, also an das Ungeborene. Das bedeutet, die ist schon im Mutterleib vollkommen bei Bewusstsein und spricht ja dann auch mit Lady Jessica, soweit im Buch auch, aber sie kommt im Buch auch noch zur Welt. Und das ist dann mega weird, weil dann hast du halt so ein Neugeborenes, das halt mit dir spricht und dir so Sachen über das Universum und über die politischen Umstände, in denen sich Paula Trades halt jetzt befindet, so reden und alle sind mega angewidert und halt auch, also vor allem die Fremen finden das halt natürlich mega weird. Und die hat auch eine größere Rolle dann im Film und dann siehst du halt auch in der finalen Schlacht oder also wird beschrieben, wie die halt mitkämpft, so ein Kleinkind, das dann halt den Baron absticht. Okay. Und das ist so, das ist, da bin ich beim Lesen gesessen und dachte mir so, wie wollen sie das machen? Das ist doch mega weird. Wie kannst du das machen? Und im Film wird es ja ganz anders gemacht. Erstens kommt sie nicht zur Welt und zweitens ist sie, also sie bleibt, also sie ist so ein Gesprächspartner die ganze Zeit für Lady Jessica. Ja, also ich weiß nicht, wie das im Buch, also wie ihre Figur im Buch oder wie wichtig die auch wird. Ich fand, so wie es im Film gelöst war, war das eigentlich ganz gut, also ich mochte es. Ja, ja, ich finde es jetzt nicht, ich finde es ist anders, aber ich glaube es ist besser, als wenn man so forciert, wie es im 84er Film ist, so ein weirdes Mashup macht aus Kind und Erwachsenen, ich glaube, das ist besser, man macht es so und lässt es halt einfach ein bisschen raus. Aber das ist so der größte, die größte Veränderung, die ich erkannt hätte. Es gibt natürlich noch ein paar kleinere, ein paar Charaktere, wie zum Beispiel Count Fenring wurden rausgestrichen, aber das sind so, das sind auch im Buch so kleine Rollen, dass man die rausstreichen kann, ohne dass es groß was verändert. Gut, anderer wichtiger Punkt, wir haben ja vorhin schon über die Bildgewalt geredet und da ist natürlich das Finale ganz wichtig, also das ist vielleicht auch was, was man sagen kann, der Film ist schon so ein Slowburn, also gerade die erste Hälfte ist ja natürlich so total ruhig bei diesem ganzen Fremen-Zeug und dann zieht es, was ich vorhin gemeint habe, dass es dann so richtig knallt, dann zieht es so richtig an und dann kommt so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag und da hätte ich mir eben, wie gesagt, ein bisschen mehr so. Das ist aber im Buch auch so tatsächlich. Das glaube ich, aber das, also wie gesagt, ich glaube, dass das im Buch vielleicht besser funktioniert, weil da hast du es halt an einem Stück und deswegen bin ich jetzt eben gespannt auf das Double Feature, aber dieses. Das große Finale fand ich, also ich finde, die Neville Neuve hat da in gewisser Weise so Erwartungen ein bisschen unterwandert, würde ich sagen, also man hat diese richtig riesigen Bilder und diese geilen Schlachtpanoramen, aber es wird eben nicht, es wird nichts irgendwie doppelt gezeigt oder es wird nicht irgendwie, es wird sich nicht so ergötzt an diesem ganzen Abschlachten, wie es noch im ersten Teil war, das sieht man bei den Sadokar ein bisschen, also die Sadokare werden schon hart drangenommen auch, aber es ist jetzt nicht so, dass man nochmal dieses ellenlange Abschlachten von jedem einzelnen kleinen Soldaten irgendwie so sieht, sondern es begrenzt sich auf die wichtigen Themen, sage ich mal. Also es ist auch eine ein bisschen antiklimatische Schlacht, wie es im Buch halt auch ist, weil eigentlich lösen, hier sind es hauptsächlich die Sandwürmer, die halt die Sadokar einfach komplett aufräumen und im Buch ist es mehr der, also ich habe, sie kämpfen auch mit Sandwürmern, aber im Buch ist es mehr der Sandsturm. Also da kommt ja, es heißt Great Grandmother of a Storm, hieß es im Film jetzt, ich glaube es heißt es im Buch auch, also ein gigantischer Schneesturm, ja, ein gigantischer Sandsturm, der dann eigentlich, die eigentlich sicheren Truppen der Sadokar dadurch überrascht, dass Paul Atreides halt mit einem atomaren Erstschlag einfach eine gesamte Mountainrange vernichtet und dann hat der Sandsturm die Möglichkeit da durchzuziehen und der reibt sie dann eigentlich komplett auf. Ja, ja, ich, ganz kurz, weil du gerade das Atomwaffenarsenal angesprochen hast, ich fand das eine ganz coole Szene, wo sie dann diese Atomwaffen finden, aber ich finde so, sie haben so anscheinend, das sagen sie auch so, an einem relativ offensichtlichen Punkt haben sie das hingepackt, weil dann, da sucht man nicht danach, aber dann baut doch nicht so ein riesiges Atreides-Siegel auf diese Tür drauf, also, das dachte ich mir auch. Also so, dann macht doch da, keine Ahnung, macht so eine Steinoptik oder sowas, dass man das Teil nicht sieht oder sowas. Ich dachte mir auch so, der, 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 was ist der Falke von der Atreides, der ist schon ein bisschen, ein bisschen sehr on the nose irgendwie so. Ja, so, die hätten so ein paar Zwerge gebraucht, bis so fast zu stecken. Wirklich so. Ja, aber, nee, ja, aber insgesamt, ich finde, dass gerade, also, das Finale, man hat so, man hat dieses riesige Schlachtfinale, aber dann eigentlich, finde ich, das Finale, das fast noch ein bisschen härter slappt, ist tatsächlich dann der, der Knife-Fight der Finale. Der ist so cool. Der auch ein bisschen so eine Spiegelung zum ersten Teil ist, der ja auch auf so einem Messerkampf endet. Genau. Und im ersten Teil fand ich den so, ich fand den ganz cool, der hat Spaß gemacht, also ich fand es auch gut choreografiert und alles, aber der zwei, also der jetzt im zweiten Teil, also das ist, ich habe noch nie, glaube ich, was gesehen, was so, also so eine, also diese Schläge, das hatte so eine Gravitat, das hat so richtig wehgetan, sich anzuschauen. Ich fand, das war richtig geil. Ja, es war alles so schnell, es war so, also es war, es war ein richtig schneller Kampf, aber trotzdem, die Hits hauen richtig rein. Ja. Und ich finde das mega nice. Und Austin Butler ist auch einfach so ein krass Viech in die, also wow, ich war wirklich, ich war hin und weg, das hat so Spaß gemacht. Toll. Also, ähm, ja. Und es ist nicht so, also die Kämpfe generell in dem Film sind alle immer ziemlich schnell vorbei. Also es sind immer so zwei Hits und dann ist jemand down. Ja. Weil die Hits halt quasi platziert werden. Also du streckst deine Gegner halt im Endeffekt mit einer Kombo nieder. Ja. Und hier ist es halt so langgezogen. Und ich glaube, genau das macht es auch aus, weil du hast immer, du hast, du kriegst so angeteast, was eigentlich passieren kann. Auch dadurch, dass Faith Rother so prominent in diesem Gladiatorenkampf eingeführt wird, siehst du, was der machen kann. Der schlachtet seine Gegner alle im Endeffekt sofort ab. Ja. Und das Ding ist halt, ich finde auch dort, also was du gerade mit diesem Gladiatorenkampf angesprochen hast, also mega geile Inszenierung zum einen, diese Schwarz-Weiß, richtig toll. Ja, ich finde das so cool, wirklich so ein nice Visual einfach, diese Entsättigung. Richtig nice, aber fand dort was auch, also ich fand, dass dieser Teil sehr langgezogen war und so ein bisschen sich am Anfang so ein kleines wenig wie so ein Fremdkörper fast angefühlt hat in dem Film. Das ist das Kapitel im Buch auch. Ja, und ich finde, also vielleicht wäre es geschickter gewesen, das relativ an den Anfang zu packen, weil das kommt so nach dem ersten Drittel oder so. Das wäre dieses, wo ich überlegt hätte, vielleicht den Cut zu setzen. Also im Buch ist es dann eben so, sie kommen zu den Fremen, dann gibt es diesen Kampf und dann gibt es eben diesen Zeit, so einen Zeitsprung. Ja. Und der Zeitsprung endet dann quasi, oder also der neue Part des Buchs beginnt mit diesem Gladiatorenkampf. Man ist erst wieder bei Faith Rother und dann kommt man wieder zurück zu Paul Atreides und fragt sich während dem Kampf die ganze Zeit, warum erzählen die mir das, was passiert gerade mit Paul? Ja, wäre vielleicht, ja, wäre vielleicht fast geschickter gewesen, weil du dann auch, wie gesagt, für dieses, dieses Hintendran noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hättest. Aber dann, was ich dann, ich weiß nicht, ob mir das besser gefallen hätte, weil ich muss sagen, dass du dann halt mit diesem Zeitsprung im Endeffekt den kompletten, die komplette Introduction bei den Fremen für Paul Atreides so ein bisschen verlierst. Ja, oder man macht's, also spielt so eine wichtige Rolle, ob man diesen Kampf einfach während dem Ganzen sieht, also dass man, ja, nee, eigentlich nicht. Vor dem Ganzen, also dass es vielleicht einfach damit startet tatsächlich, dass du so den Bett geeinführst und dann, und dann zeigst du, was mit Paul Atreides richtig ist. Oder du, keine Ahnung, du kannst diese Anfangssequenz mit Paul Atreides und seiner Mutter und so, wie sie da mit diesem Hügel und so, das zeigst du alles noch und dann kommt eigentlich dieser Hardcut schon, also keine Ahnung, das kannst du ja so erzählen, dass, ähm, dass sich hier bei den Hakonnen dann irgendwer darüber aufregt, ey, die haben schon, die haben schon wieder irgendeinen, wir haben schon wieder den Kontakt zu irgendeinem unserer Landungsboote da verloren, kann auch nicht sein, was sind das eigentlich für welche und, ähm, dann keine Ahnung, dass der Büro schon sagt, so, ja, ey, hier, äh, du hast, Rabban, du hast das hier nicht im Griff, ich schicke jetzt mal jemanden her, der ein bisschen Ahnung von der Scheiße hier hat und dann schickt er eben nach ihm und dann kannst du ihn ja einführen. Ja. Also, dass man, das wäre vielleicht, das wäre smoother gewesen, ich finde es aber irgendwie auch nice, dass man so beim Schauen vom Film dasselbe Gefühl hat, wie beim Lesen vom Buch, weil das ist halt, in der Mitte vom Buch wird so dieses Random-Kapitel über Gladiatorenkampf mit Faith Routh da, äh, eingeschoben und da denkst du, hä, warum? Ja. Aber, äh, wie gesagt, im Film selbst dachte ich, ah, okay, weird, das ist jetzt so, das wirkt so, 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 so komisch jetzt da so reingebastelt, aber ich finde alle diese Sachen, also während dem Film hatte ich öfter das Gefühl so, ah, okay, hä, da bin ich noch nicht ganz so zufrieden, aber das sind alles Klammern, die alle wieder geschlossen werden und zwar richtig, richtig schön und deswegen bin ich dann am Ende auch mit einem super guten Gefühl aus dem Kino gegangen, weil ich das Gefühl hatte, nee, jede Sache hatte so seine Berechtigung, warum war die da drin und die wurde dann irgendwie auch aufgelöst. Nee, also, wie gesagt, ich bin, ich bin hin und weg, ich freue mich jetzt schon auf Sonntag und, ja, auf jeden weiteren Kinobesuch, also es ist wirklich toll. Hast du noch irgendwas zu Dune, sonst können wir wegen mir auch einen Haken hinter machen, das sollte ja eigentlich ein Ersteindruck machen, äh, sein, wir sind jetzt bei, nicht ganz eineinhalb Stunden, also eine Stunde, 20 Minuten, äh, wir schneiden wahrscheinlich noch ein bisschen, ähm, aber hast du noch irgendwas, sonst können wir, wenn du willst, da jetzt auch einen, einen Cut setzen? Es ist wieder so wie vorher, ich hab noch so viel, aber dann reden wir hier vier Stunden drüber, es gibt so viel zu erleben in diesem Film, schaut ihn euch unbedingt im Kino an, ich hab so Lust auf dieses Double Feature, ähm, ich, wie gesagt, ich hab heute überlegt, ob ich ihn nochmal anschauen soll eigentlich, weil ich einfach, weil ich es nicht erwarten kann, einfach wieder dieses Erlebnis zu haben, mich reinzusetzen und einfach dieses Universum so immersiv, wie es jetzt auf die Leinwand gezaubert wurde, nochmal zu erleben. Ja. Und ich glaub, mehr kannst du dir fast nicht wünschen, alles Meckern, was wir jetzt hier hatten, ist so auf hohem Niveau einfach, ich bin so glücklich, dass es nicht verkackt wurde. Ja, voll. Weil ich hatte echt schon Schiss, ähm, aber es ist einfach, es ist so nice, auch mal für Fandom belohnt zu werden. Ja, absolut, absolut, also gerade in Zeiten, wo, sag ich mal, die Blockbuster oft so Blockkrepierer sind, das ist es nicht, äh, das ist wirklich ganz, ganz groß und ich, wie gesagt, freue mich auf weitere Kinobesuche. Ja. Gut, dann, äh, danke fürs Zuhören, wir sparen uns heute mal das Ganze mit Was hast du zu letzt geguckt, wir haben uns nämlich zuletzt Dune angeschaut und, äh, als nächstes schauen wir wahrscheinlich auch wieder Dune, ähm, und deswegen sparen wir uns das Ganze hier mal, äh, es kommt, äh, sehr bald auch noch mal eine Folge über den Niveau, da wird's auch nur wahrscheinlich noch mal über Dune gehen und wir können ja sicher auch noch mal über Dune reden, das ist ja ein Thema, was auf jeden Fall noch, ähm, Gesprächsstoff liefert, beziehungsweise ist es ja natürlich auch interessant, was kommt denn jetzt heute eigentlich noch und, äh, ja, wie geht's jetzt vielleicht weiter, ähm, da kann man ganz viel sicher noch quatschen. Deswegen, vielen Dank fürs Zuhören, damit sagen wir Tschüss und wünschen euch viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Filmeschauen. Kino, viel Spaß beim Filmeschauen.